Jodi Mansour, der Brasilianer, gestrigen Tag hier mit seinem Hengst, dieses Pech gehabt, nachdem der sich dann eben ja verletzte, drücken ihm jetzt die Daumen, gemeinsam mit der Stute Havanna, eine Verdi-Tochter, ich meine ganz, ganz großartige Konstellation, der aber Verdi in diesem Falle mit dem tollen Kapitolblut über Cadento in Kombination gebracht. Immer galoppierend unter sich und dementsprechend sieht das Ergebnis jetzt auch aus. Boah, ganz, ganz beeindruckend. 62,9,1 Sekunden, noch einmal nicht nur den Hauch schneller, sondern noch einmal, ja wirklich deutlich schneller gewesen als die Killer Queen von Daniel Deusser, die Führung also für Jodi Mansour und Havanna. Und jetzt lesen wir.